Unwünstig. Erstmal die Technikstufe auf 1 bauen. Boah, du hast noch einen Ausgang, ich weiß, wie das noch nicht. Ja, ja, nee, ich verliere gerade eine Schlacht. Ah, das ist immer Minuspunkte. Und natürlich weniger Armee. Apropos verlieren, ich könnte mal einen da entnehmen. Aber die eine Provinz bekomme ich fast, warte mal. 89 zu 101. Die auch. Ich könnte sogar 2 bekommen. Wenn ich das noch ein bisschen erhöht kriege, irgendwie. So, kann ich jetzt mal bitte jemand Worms angreifen? Wenn ich ihm jetzt ein bisschen Geld gebe, was hält er davon? Gar nichts. Findet ihr Scheiße? Oh, Trier greift doch mal Wildgrafen an. Ich könnte den Rest von meinen Kartoffeln und Fischstäbchen essen. so, was ist die张killer. Oh, du denkst dann... Nee, deixa ich doch mal her. Ich würde mir später einige holen, so Kolonie. Moment mal, ich habe immer noch meinen Anführer, oder was? Interessant. Richtig, ich habe auch immer noch meinen. Ja, ja, lassen wir ihn mal. Das war unser 1068, aber Worms hat technologisch nicht mehr hergezogen. Das König der Feind, kann ich ihm nicht Land abnehmen und gleichzeitig Geld senden, geht wohl nicht, ne? Nein. Das ist blöd. Noch nicht genug eingenommen hast, achso. Oder hast du den Großteil der Armee verloren? Ich finde auch Pilafone zu lustig, hauen sie immer schön, da kommt ein Chat, schreibt zwei Nachrichten und dann verschwindet er die, ne? Die kämpfen ja noch, aber ich werde es wahrscheinlich verlieren, das ist das Problem. Ah, du bekommst automatisch einen schlechteren Verhandlungspunkt, wenn die noch im Kampf sind. Ja, aber wenn die dann verlieren, dann wird es auch nicht besser, ne? Mist. Einen weißen Frieden wollen die auch nicht. Die wollen nur einen Frieden, wenn ich denen Geld gebe. Ohne irgendwas. Ja. Aber in dem Kampf bist du es vor dem Kampf machen müssen. Ja. Oder hoffen, dass du danach noch genug hast und sie dann vielleicht an der Kampf vorbei ist. Ja. Vielleicht ziehen sie sich ja gleich zurück. Ich meine, die anderen sind ja auch fast tot. Ja. Jetzt kommt es vorbei. Und zwar verloren. Die ziehen sich ins feindliche Gebiet zurück, okay. Wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt geht es gar nicht mehr, ne? Ja. Das ist eh nicht scheiße, ja. Tatsächlich. Ähnlich Mist. Ich wollte jetzt ein zweites Ladekabel. Ich habe aber nicht viele verloren, das geht noch. Ach, mein Verbündeter hilft mir gerade. Die KI macht auch was, muss ein Bug sein. Ich habe die Schlacht verloren und darauf kam mein Verbündeter und hat jetzt die Schlacht gewonnen oder? Ja, die kommen ja immer ganz gerne mal angelaufen. Ja, so. Hm. Ich glaube, ja, die haben gerade so gewonnen, ja. Kann ich was Byzantische Reich nehmen sagen? Äh. Was sind meine? Was sind meine Truppen jetzt? Weiß ich nicht. Gibt es die noch? Äh. Die sind nach rechts gewandert. Und dann sind sie bei deinem Verbündeten jetzt. Verschwunden. Hm. Ja toll. Wenn du rechts das Fenster hier in diesem Übersichtsfenster aufmachst, dann kannst du deine Truppen anklicken. Wenn du noch welche hast. Dann weißt du, wo das sind. Ah. Okay. Ich habe sie gefunden. Danke. Wir sind zum Verbündeten gelaufen. Ja, das machen die gerne mal. In die nächste befreundete Provinz zu gehen. Ah. Cool. Das geht jetzt aber. Oha. Kann ja. Kann schon viel fordern. Ah, diese Spielgeschwindigkeiten. Wenn du 5 gewohnt bist, ist das echt grauenhaft. Dann gibt es doch schnell diese Pause von diesem dummen Spaß, ne? Auf 5 spiele ich nie. Also nur wenn ich warten muss. Dann habe ich normalerweise immer 5 Folgen. 3 und 4 reicht mir. Wenn irgendwas passiert, kannst du immer noch Pause nehmen. 1, 2, 3, 4. Sollte ich 5 Provinzen gleichzeitig erobern? Lieber nicht, ne? Kommt drauf an. Hast du da unten diese 2 Fähnchen schon mal. Also es gibt, wenn du da Frieden hast, die ist unten rechts in diesem Fenster, wenn du zu viel nimmst, schon mal 2 so Fähnchen, die sagen dir, dass du zu viel aggressive Exponsionen hast. Ne, ich habe keine Fähnchen. Dann ist das schon mal gut. Und dann musst du auch gucken, ob das alles jetzt dein Zeug ist oder ob du da außerdem noch deinen Verbündeten was abgibst. Und dann musst du darauf achten, es gibt Überdehnung. Die solltest du möglichst unter 100 halten, auf jeden Fall. Woran sehe ich das jetzt wieder? Da ist links irgendwo, also unten links so ein Fenster. Das sind so Provinzen mit so einem roten Pfeil drauf. 23% Ja, das geht noch normalerweise. Können höchstens Rebellen nach ein Problem sein. 5 gleichzeitig. Da lässt du halt recht schnell dann umwandeln, damit die Rebellen wieder runterkommen. Ja. Weil das Ding ist, wie du umgewandelt hast und deine Provinzen reduziert auch die Rebellen mit dem Druck und so. Da bin ich halt deutlich größer, ne? Ich probier's mal. Wie ich das durchgedrückt kriege. Na, Pommon hat schon mal an minus 31% Aggressive Expansion und so weiter. Also solltest du aufpassen. Aggressive Expansionen, also zumindest am Anfang möchtest du das unter, ich glaube 50 oder 40 halten. Danach bilden sich Allianzen. Später wird das ein bisschen entspannter. Ja, so gefällt mir mein Land schon mal, wenn das so bleibt. Ja, du bist immer noch in den Nebenböhmen, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis da die Rebellen auftauchen. Ich hab ein bisschen noch Bellen, ja. Ich hab nur ein Feld mit Rebellen, 20% zurzeit. 10k. Ist aber auch die Frage, wie 4 Rebellen das dann sind, ne? Na, 10k steht da. Können noch mehr werden, ich weiß aber. Na ja. Ich mach einfach weiterhin gar nix. Kannst du ein bisschen zugucken. Einfach mal nix machen. Na ja. Kannst du ein bisschen den Chat in Ruhe vorlesen. Das hab ich schon. War nur Peter von von und zu lustig Hause da. Er schreibt immer nur 3-4 Kommentare, wenn EU4 läuft und dann geht er gleich wieder. Denkt sich, boah, dem Trotz guck ich mir nicht einmal hin. Mach doch mal Gronkh seinen Chat an und dann liest du da an. Ich lese einfach andere Chats vor. Wo auch Menschen sind. Ja. Genau. Ich fang jetzt an Skripte von Pornofilmen vorzulesen. Oh, Leon hat sich gerade auf... Oh, Leon hat seine... Nein. Pferd hat Basel den Krieg geklärt. Jetzt sind wir bei 1. Geil. Wo ist denn Pferd? Ach, Pferd da immer mehr. Man hört den Rechner wirklich sehr deutlich, glaube ich. Hm. Das kann sein. Ein bisschen so, als wenn man jemanden anruft manchmal. Jetzt behauptet Peter Lustig, er wäre da, aber weiß ich ganz genau, dass er nicht da ist. So, kann Worms jetzt bitte mal irgendwie einen Krieg anfangen? Trier, greift doch mal Bildgrafschaft an. Das wäre toll. Ich würde gerne meine Freiheit erlangen, weil so geht hier nämlich gar nichts vorwärts. Aber dazu muss ich erst meinen Kredit loswerden, meinen Darlehen und meine Armee wieder aufbauen. Aber ich habe immer noch meinen Herrscher als Anführer. Er hat zwar keinen Herrscher mehr, aber ich habe nur noch meinen Herrscher als Anführer. Das ergibt Sinn. Zum Anführen von der Armee ist er noch zu gebrauchen. Das wird wahrscheinlich auch im Hauptspiel funktionieren. Sieben Provinzen und ich kann nichts damit anfangen. Also ich habe jetzt neun. Aber recht große halt, ja. Ich hätte wieder Böhmen nehmen sollen ja am letzten Mal. Einfach nur noch Böhmen nehmen. In welches Land spielst du Böhmen? Machen wir die Spielgeschwindigkeit wieder hoch. Das Leben als Unertan, ja. Wenigstens bin ich ein Juniorpartner. Da kann er mich erst nach 50 Jahren annektieren. Und nicht nach 10 über Define. Ah. Könntest du mal ne Flotte kaufen? Ja. Ich habe hier sogar Wasser. So einen kleinen Teich, ich glaube das geht nicht. Lack de Neuchertil. Das spricht man bestimmt so aus. Das klingt sehr französisch. Gleich mal beschieben. Aber ich finde diesen Clusterfuck an Nationen sollten sie ins Hauptspiel übernehmen. Und auf die ganze Welt ausbreiten. Also viel mehr Indianer. Und auch in Arsenal gab es bestimmt irgendwie 12.000 Nationen mal irgendwann. Das wird zu viel. Nee, das muss so. Sollen sie mal in Europolaisales 5 machen? Juhu, Militär 1. Das ist doch schon mal was. Ja, habe ich auch schon. Habe ich das vor einem Krieg schon? Ich weiß es nicht. Toll. Scheiße. Ja, man hat nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt unabhängig werden würde, weil man lehnt zu einem Kriegswirt, hätte ich keine Armee, um mich direkt zu schützen. Noch einen Monat, dann habe ich endlich noch Geld in den letzten Darlehen. Satelliten, also dann 0,910. Gut, dann ist das immer noch besser als Delfin oder irgendwie... Ja. So zwei Monat Zinsen muss man schon zahlen als kleines Land. Ich habe jetzt 0,34. Hast du auch schon Kredit aufgenommen? Ja, ich habe schon einige Kredite aufgenommen. Wie das halt so ist, wenn man da hoch wird, ne? Nee, das sollte das nicht sein, so. Ich habe 10 Darlehen in Höhe von 102. 10! Junge, was machst du? Ich kann aber noch 41 aufnehmen. Also ne, 41 kann ich haben. Wieso nimmst du überhaupt Darlehen auf? Was tust du? Das passiert automatisch, ich habe halt kein Geld. Hast du wahrscheinlich wieder eine 10 mal so große Armee, als du dir leisten könntest. Ja, ich brauche ja Truppen. Das ist alles nichts. So, ich habe die Truppen auch wieder runtergefahren, aber... 0,1 Minus mache ich trotzdem noch. Das geht ja noch. Wow! Du sollst vielleicht nicht so viel Truppen bauen? Das ist doch nur 8k. Ja, irgendwas scheinst du dir nicht leisten zu können. Oder hast du jetzt so viele Festungen? Ah, siehste, die Festungen. Kann ich ja auch noch runter... ...trauben. Ja, also Festungen runter schrauben ist das eine, aber seine Armee runter zu schrauben, halte ich halt immer für... ...für kritisch, weil wenn plötzlich ein Krieg losgeht und der Feind steht bei dir ein, ist halt Feierabend. Ja, dann ziehe ich mich erstmal zurück und... ...mach dann langsam meine Truppen hoch wieder und dann geht's los. Seine, der Feind kommt jetzt so vor und melde ich einfach wieder. So, was kosten überhaupt so Soldaten aktuell? Also jetzt mache ich 0,03 Plus. Ich muss ja schon mal was sehen. Dann muss ich mir jetzt erstmal... ...oh Gott... ...40 noch ein Reiter... ...ich muss jetzt 65 Gold ansparen... ...äh, Dukaten... ...das sind ja... ...oder was ist das hier? Im Hauptspiel sind es glaube ich Dukaten... ...da steht hier gar nichts dabei. Geldsumme... ...und Kernprovinz haben wir bald durchgedrückt. Sehr gut. Ja, noch kannst du... ...kannst du das überhaupt schauen? Dann musst du erst irgendwas verabschiedet zu haben. Hm... ...drei Reichstitte... ...Schattenkönig Event... ...kannst du mich irgendwo... ...ok... ...und jetzt... Hm... ...387 Reichstil... ...er ist so iklacht... Ah... ...diese Spannung... zwischen zwei männern kann sich nicht angreifen das leben ist hart und streng ich könnte ein bisschen aufräumen Bioabfall auf Bioabfall stapeln rausbringen natürlich nicht aber du kannst ja nicht mal jemand Worms angehalten bitte du hast die falsche religion das sehe ich gleich ach du bist ein Stammesrepublik bist ein Stamm bist gar kein richtiges Land Stimme sei doch mal katholisch nicht ne geile ja gut kann mich dann irgendwann 1100 irgendwas das heißt 1109 kann nämlich theoretisch integrieren wenn ich die Rebellen hier niedergeschlagen habe kann ich dir mal helfen oder vielleicht willst du was denn machen einfach mal angreifen das finde ich gehört noch nicht zum HAI oder ähm äh ich weiß nicht Köttstedtien müsste eigentlich hier hat Pommel angegriffen oder was ist Pommel Pommel auch ein Stamm ich weiß nicht ich würde ja nachgucken aber das Problem ist bei 387 Reisbürsten findest du nichts Moment das ist Alphabet es ist nicht mal alphabetisch geordnet oder was ich habe doch da eben W drin gehabt oder suchen wir doch mal es ist irgendwie soll es ist halb geworden nach O kommt nicht E Staplo Schau doch mal